WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Saruman! Er ist es wirklich! Das neue Gebäude ist fertig! Da sind sie! Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben! Deswegen bist du doch gekommen! Sie doch kommen bald! Aufwachen! Wir fallen gleich zum Land! Sie plündert unser Lager! Das hat nun ein Ende! Wir greifen an! Bald! Niemand widersetzt sich den Willen Sarumans! Zeigt keinen Erwarmen! Uruks! Ich krieg langsam Hunger! Auf ihn! Los! Wir greifen uns an! Macht eure Waffen bereit! Du wirst diesen Ort nicht verlassen! Zeigt keinen Erwarmen! Köter! Aber das weißt du! Da! Da! Er fällt! Treibt sie zurück! Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben! Sauron hat viel von seiner früheren Stärke wiedererlangt! Ein Blick durch Bordwolken, Schatten, Erde und Freiheit! Aufwachen! Nicht zurückfallen! Die Zeit fährt schneller als die Döckste! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Verteil dich das Lager! Ja! 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 Werft sie in den Schatten! Uruks! Bewegung! Vorwärts! Sie schneiden an! Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans! Sie greifen das Lager an! Zeigt keine Erwarmen! Rennt alles nieder! Macht eure Waffen bereit! Bewegung! Schneller! Nicht zurückfallen! Wir greifen an! Weit! Der Feind! Er greift an! Uruks! Bewegung! Werft sie in den Schatten! Er ist ein Narr! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Aufwachen! Weiter! Weiter! Du weißt, wovon ich spreche! In dieser Grube zirken wir oben! Macht euch Kampfbereit! Vorwärts! Der Feind greift uns an! Fühle meine Macht! Hast du in der Tat gedacht, dass ein Hobbit sich gegen den Willen Saurons behaupten kann? Uff! Sauron hat viel von seiner früheren Stärke wiedererlangt! Das Gebäude ist fertig! Die Zeit verrinnt schneller als du denkst! Wir haben viel zu tun! Der Feind! Du wagst es! Das wird dich nicht retten! Macht euch Kampfbereit! Sind sie das? Ist das der Feind? Die Neuen haben Minas Morgul verlassen! Das hat nun ein Ende! Verschont niemanden! Macht euch Kampfbereit! Verteidigt das Lager! Sie greifen an! Aufwachen! Weiter! Weiter! Vorwärts! Lasst keinen am Leben! Wir haben den Wartvorposten gebaut! Noch ein Gebäude fertig gesteht! Du wirst diesen Ort nicht verlassen! Wir haben die Uro-Krube verheißen! Du wagst es! Werft sie in den Schatten! Der Feind ergreift an! Spare dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Schneller! Dein Blick durchbrot Wolken, Schatten, Erde und... Einige Ruhungsspehrträger sind in Gruben entstiegen! Deine Vorliebe für das Kraut der Halblinge hat anscheinend deine Sinne vernebelt! Das wird dich nicht retten! Der Feind ist in unserem Lager! Fühle meine Macht! Wir werden bis zum Feinden! Macht euch kein Ziel! Uruks! Wir greifen an! Bald! Das wird dich nicht retten! Auch du! Entscheide ich dich nicht! Der Krieg langsam vor! Gewinnt Schmerz! Vorwärts! Einige Urukspehrträger sind in Gruben entstiegen! Die Neuen haben Minas Morgul verlassen! Das ist unbedeutend! Der Feind greift uns an! Wir greifen an! Bald! Zu mir, meine Diener! Bist du dir da sicher? Ein Schiff aus dem Schiff! Bleib zurück, Uruks! Schneller! Diese Armee ist von Gott! Ihre Waffen, die Uruks und ihre Armbrüste... ...lusten Sie in der Quatsche! Macht euch kampfbereit! Ich kann über unsere Rohstoffe her! Bewegung! Wir werden angegriffen! Aufwachen! Feuer frei! Das Schlager wird angegriffen! Vorwärts! Wir haben den Waagvorschen gebaut! Treibt die Waage da rein! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Sie reißen alles nieder! Das Gewehr ist fertig! Dein Blick durch die Wolken, Haken, Vora und Fleisch! Lasst keinen Armut und ihre Armut sind bereit! Bolzen einlegen! Mehr Bolzen! Schnell! Auch kann er keine körperliche Gestalt annehmen, aber sein Geist hat nichts von seiner Macht verloren. Die Macht Isengard steht dir zu verfügen. Wir werden angegriffen! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Wirft sie in den Schatten! Das wäre weise, mein Traum. Der Feint ist in unserem Lager! Mehr Truppen können hier nicht versedigen! Einige Urungsbehrträger sind in Gruben entstiegen! Deswegen bist du doch gekommen! Wir hatten den Weihvorposten gebaut! Treib die Weige da rein! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Wir greifen an! Bald! Vorwärts! Ihr wimmelt es von Feinden! Vernichtet sie alle! Spar dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Hast du in der Tat gedacht, dass ein Hobbit sich gegen den Willensauberts bereiten kann? Noch ein Gebäude fertig gestebt! Einige Urungsbehrträger sind in Gruben entstiegen! Du weißt, wovon ich spreche! Ich falle über unsere Rohstoffe her! Schneller! Deswegen bist du doch gekommen! Was? Du Leid! Hier drüben sind sie auf! Ich krieg langsam Hunger! Auf ihn! Los! Der Feig ist nicht unserem Lager! Attacke! Das neue Gebäude ist fertig! Macht eure Waffen bereit! Reißt es wieder! Die Franken uns an! Einige Urungsbehrträger sind in Gruben entstiegen! Meine Diener! Schützt mich! Die Urungs und ihre Armbrüste sind bereit! Zuhören! Schleif! Nein, lieb! Gampfer! Sie rufass! Sie rufass! Gampfer! Sie rufass! Die Marr! Aufwachen! Sie rufass! Sie rufass! Sie rufass! Er werden in den Gruben entstiegen! Wir werden angegriffen! Wir haben den Warkvorposten gebaut! Holt euch den da! Keine Gefangenen! Macht euch kampfbereit! Weiter! Weiter! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Macht eure Waffen bereit! Wir können nicht standhalten! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Wir haben den Feig gefunden! Holt euch den da! Zerschmettert sie! Das Geweide ist fertig! Der Fein greift uns an! Wir greifen an! Weit! Du! Uruks! Vorwärts! Weiter! Weiter! Wir greifen an! Weit! Ich krieg langsam Hunger! Vorwärts! Wir greifen uns an! Keine Gefangenen! Mehr Uruks kommen aus den Gruben! Lass sie nicht entkommen! Was glaubst du denn, wie viel Zeit wir noch haben? Wir wären dann fertig! Weiter! Weiter! Deine Vorliebe für das Kraut der Halblinge hat anscheinend eine Sinne vernebelt! Sie greifen das Lager an! Noch ein Angriff! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Vorwärts! Treib die Waage da rein! Wir haben viel zu tun! Spar dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Dein Blick durch Brotwärten, Schatten, Erde und Fleisch! Sie fallen über unsere große Affair! Wird aus Mann! Fall! Deckung! Dein großes Auge! Liedlos umrandet von Schatten! Held ihn nieder! Die Uruks und ihre Augen waren die Beine! Nein! Wir werden unterlagen! Wir werden angegriffen! Wir haben viel zu tun. Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Die Zeit verringt schneller als du denkst. Wir können nicht noch mehr schon abziehen! Einige Uhgungswehrträger sind in Gruben entstiegen! Verschont niemanden! Lasst keinen am Leben! Selbst jetzt baut er seinen Volk aus! Die Freundschaft Sarumans tut man nicht leichtfertig. Lauron hat viel von seiner früheren Stärke wiedererlangt. Ein alter Freund. Sein Blick durchbohrt Wolken, Schatten, Erde und Fleisch. Sie greifen uns an! Erneut steigt Rauch auf über den Schicksalsberg. Macht euch kampfbereit! Ruhe! Werft sie in den Schatten! Fühle meine Macht! Riechen wir was? Ihr wimmelt es von Feinden! Vernichtet sie alle! Selbst jetzt baut er seinen Vorteil aus. Macht eure Waffen bereit! Sauron hat viel von seiner früheren Stärke wiedererlangt. Du weißt, wovon ich schreie. Saurons Streitmacht ist bereits unterwegs. Ich kann ein derartiges Wort haben. Nicht gut aus. Der Feind greift uns an! Erneut steigt Rauch auf über den Schicksalsberg. Mein alter Freund. Ein großes Auge. Liedlos, umrandet von Füllung. Spar dir deine Gnade und dein Mitleid. Ich habe keine Verwendung dafür. Macht euch kampfbereit! Wir greifen an! Wehrträger sind in Gruben entstiegen. Ich krieg langsam Hunger! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Einige Urug-Spehrträger sind in Gruben entstiegen. Sie greifen uns an! Macht euch kampfbereit! Sie alle! Aufwachen! Mehr Truppen können wir nicht bequenigen! Nach mehr Urug kommen nach dem Urug. Gegen die Macht von Wordor. Wo ist ein Sieg ausgeschüttet? Wo erfreit sich der Lagerfassad? Der Feind greift uns an! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Spar dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Nein! 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 Halt ihr Ferrystein-Bund! Halt ihr Ferrystein-Bund! Sie plündern unser Lager! Sie legen alles in Trümmer! Wir werden angegriffen! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Ich habe mich nicht alle Lösen, aber nicht mein Mann! Sie haben nicht wahnsinnig mithürt! J jotst Ihnen Gott. Was cement cultivate, Elis! Dandals der Narr! Ja, ein alter Freund. Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. Der Feind greift uns an. Kannst du es auch verschaffen? Deine Vorliebe für das Kraut der Halblinge hat anscheinend deine Sinne vernehmt. Nun hast du in der Tat gedacht, dass ein Horwitz sich gegen den Willen Saurons behaupten kann. Das wäre weise. Willst du auf, Wasser? Erneut steigt Rauch auf und wird Schicksalsbeck auf. Das hat nun ein Ende. Hast du in der Tat gedacht, dass ein Horwitz sich gegen den Saurons behaupten kann? Dazu habt ihr nicht die Mittel. Willst du auf, Wasser? Lasst keinen am Leben! Dann halt gefällig deinen Wund! Das schont niemanden! Einige Urungsbehrträger sind in Druck einstiegen! Wir können nicht noch mehr von allen, der Urungsbehrt! Der Feind! Sie sind in der Wunderschöne! Du weißt, wovon ich spreche. Treib sie zurück! Treib die Waage da rein! Wir haben den Waag-Tor-Posten gebaut! Branden von Flammen! Deswegen bist du doch gekommen! Die Urungsbehrträger sind in Drogen entstiegen! Spar dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Sie fallen über uns verrufen! Ich habe keine körperliche Gestalt angenommen! Aber sein Geist hat nichts von seiner Macht verloren! Treib die Waage da rein! Noch mehr Urungs kommen auf den Boden! Die Neuen haben Minas Morgul verlassen. Erneut steigt Rauch auf über den Schicksalsberg. Wir greifen an! Bald! Das Schlager wird angegriffen! Selbst jetzt baut er seinen Vorteil aus! Noch mehr Urungs kommen aus den Gruben! Das wird dich nicht retten! Werft sie in den Schatten! Lasst keinen am Leben! Hast du in der Tat gedacht, dass er ein Horbath sich gegen den Willen Saurons behaupten kann? Mein alter Freund! Noch kann er keine körperliche Gestalt annehmen, aber sein Geist hat nichts von seiner Macht verloren! Du weißt, wovon ich spreche! Ein großes Haus! Du weißt, wovon ich spreche! Du weißt, wovon ich spreche! Der Herr von Mordor hält sich in seiner Festung versteckt und sieht alles! Bist du dir da sicher, mein alter Freund? Töter! Renn alles nieder! Das ist unbedeutend! Wir haben viel zu tun! Lass es bolzen, Hagel! Deswegen bist du doch gekommen! Unverweid ich das Lager! Was willst du? Deswegen bist du doch gekommen! Wir fallen über unsere Brust auf her! Bärer! Sie greifen uns an! Die Urungs und ihre Arme! Unverste! Seid kein Erbarmen! Das hält gefährlich sein Wohl! Lass keinen am Leben! Noch mehr Fuß kommen auf die Ehe! Ich habe ihn gewacht! Lachen und wachten bereit! Wir können wir nicht verpfähigen! Wir haben viel zu tun! Die Urungsbeerträger sind in Gruben entstiegen! Sie greifen an! Borokai! Durchbohren! Feuer frei! Die Menschen reißen alles nieder! Wehre! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Wir gehen auf! Wehre! Ich schlaufe es an! Eine üble Wendung ist der anderen wert! Noch mehr Urungs kommen aus den Gruben! Der Feind langsam Hunger! Du wirst keinen am Leben! Selbst jetzt braucht er seinen Vorteil aus! Rennt alles nieder! Hält gefährlich sein Wohl! Du wirst diesen Ort nicht verlassen! Die Freundschaft Saromans tut man nicht leichtfertig an! Wir haben viel zu tun! Treibt sie zurück! Der Feind! Jagt sie! Bis ihr sie gefunden habt! Was willst du? Was willst du? Dazu haben wir nicht die Mittel! Selbst jetzt baute er seinen Vorteil aus! Was glaubst du denn, wieviel Zeit wir noch haben? Der Feind der Krippe! Euer Volk wurde im Wege gegangen und lebt nun auf kargen Töne! Mein alter Freund! Und jeder Mann, du brauchst ein Lieder! In dem hast du die Treue geschworen? Saroma! Das neue Gebäude ist fertig! Der Wald von Fungard liegt vor unserer Teile! Macht keine Gnade! Sie fallen über unsere Brustwaffe her! Hier! Eine Glung! Speerträger sind in Blumen entstiegen! Niemand widersetzt sich dem Willen Saromans! Ich krieg langsam Hunger! Die Macht Isengard steht dir zur Verfügung! Bar dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Nein! Geben die Macht von Mordor ist ein Sieg ausgeschossen! Ja, sie drücken uns an! Saruman! Undor! Undor! Werft sie in den Schatten! Fühle meine Macht! Überall! Der Feind ist in unserem Lager! Du wirst diesen Ort nicht verlassen! Eine üble Wendung ist der anderen Weg! Wir werden angegriffen! Noch ein Gebäude fertig geschlägt! Deswegen bist du doch gekommen! Wir haben den Wag vor Prosten gebaut! Du wagst es! Diese Armee ist schon groß genug! Sie greifen das Lager an! Die Macht Isengard steht dir zu befüllen! Einige Uhrensperrträger sind in den Gruben entstiegen! Die Welt der Menschen wird untergehen! Das hat nun ein Ende! Sie greifen uns an! Spar dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Sie schallen über unsere Rohstoffe her! Du! Du! Gefährlichstallendbrunnen! Gandalf der Weiße! Gandalf der Narke! Du weißt, wovon ich spreche! Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben! Glaubt ihr wirklich, dass dieser Waldläufer jemals auf dem Trone Gondos sitzen wird? Der Feind aufwachen! Du weißt! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Noch kann er keine körperliche Gestalt annehmen, aber sein Geist hat nichts von seiner Macht verloren. Dann halt gefährlich sein! Das ist das Lager des Feindes! Sie greifen das! Die Welt der Menschen wird untergehen! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Deswegen bist du doch gekommen! Der Feind ist, dass unsere Lagerleufer nicht noch einen Angriff! Wir werden abgegriffen! Das Gefeind ist fertig! Was willst du? Treib die Waage da rein! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! Das wäre weise, mein Freund! Der Herr von Mordor hält sich in seiner Festung versteckt und sieht alles! Deswegen bist du doch gekommen! Wir haben den Wartvorkosten gebaut! Geist. readily! Spare dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Man hat gefährlich dein Mund! Eine üble Wendung ist der anderen wert. Sie werden nicht fliehen! Zieht eure Waffen! Sie greifen an! Das Gebäude ist fertig, Repita! Du weißt, wovon ich spreche. Feuer frei! Lasst keinen am Leben! Sie sind zu weit weg! Was willst du? Hast du in der Tat gedacht, dass ein Hobbit sich gegen den Willen Saurons behaupten kann? Schreibt sie zurück! Das wird dich nicht retten! Hör! Ah! Verschont niemanden! Sie kommen von überall! Zeigt keine Warmen! Da ist Ihr Lager! Dann halt gefährlich deinen Mund! Ein alter Freund! Er ist ein Mann! Du! 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 Wiebeige! Magst du dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Was glaubst du denn wieviel Zeit wir noch haben? Wir hatten den Wagen für eine Popposten gebaut. Sie greifen an! Riecht dir was? Weiter so! Wolfen einlegen! Deine Vorliebe für das Kraut der Halblinge hat anscheinend deine Sinne vernebelt. Ja, sie sind da drüben! Riecht dir was? Eine üble Wendung ist der anderen wert. Die neuen Klingen sind fertig! Wir werden dann fertig! Wir haben viel zu tun. Wo weißt du was? Die Neuen haben Minas Mordi verlassen. Das neue Gebäude ist fertig! Die Zeit veröffentlichte Lagerung. Wir haben jetzt angegriffen, du! Spar dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Niemand widersetzt sich dem Willen Saruman! Ruhe jetzt! Wolfen einlegen! Schlachtet sie ab! Herr Pfeil! Fühle meine Macht! Sie müssen sterben! Hier Händler! Einige Uruk-Spehrträger sind in Gruben entstiegen! Fähre! Tor! Schießt sie! Deswegen bist du doch gekommen! Du! 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 goinge! Was glaubst du denn, wieviel Zeit hier noch haben? Na halt, gefälligste Islandboer! Sie greifen uns an! Ich warte auf meine Befehle! Die Welt der Menschen wird untergehen. Werft sie in den Schatten! Rent alles nieder! Wir haben viel zu tun. Bar dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Feuer auf ein! Macht euch kampfbereit! Nehmt eure Waffen! Der Halt! Ich schwank das jetzt! Attacke! Die alte Wälder brennen mit feuern der Schmelzwülfen. Die Wälder werden fallen! Schneller! Das wird dich nicht retten! Werft sie in den Schatten! Uruk! Vorwärts! Das wird dich nicht retten! Haltet eure Waffen bereit! Was willst du? Er greift uns an! Werft sie in den Schatten! O Greis! Das wird dich nicht retten! Das wird dich nicht retten! Haltet sie zurück! Wir sind nicht zerfühlen! Vieles eine Nacht! Uruk! In dieser Tome schächten wir Uruk! Du wagst es! Der Herr von Mordor hält sich in seiner Festung versteckt und sieht alles! Wir sind nicht zum Fest! Oh nein! Wir haben viel zu tun! Schreib die Waage da rein! Wir haben den Waage! Eine üble Wendung ist der Anderen Wett! Eine Vorliebe für das Kraut der Halblinge hat anscheinend deine Sinne vernebelt! Verschonet niemandes! Verschonet niemandes! Einige Uruk-Spehrträger sind in der Kuh-Watschaden! Wir klagen sich nach uns und schlagen! Macht du Kampf bereit! Die Kaste sind bereit! Hört mal halt! Wir greifen an! Ruhe jetzt! Ich krieg langsam Hunger! Schneller! Das wird dich nicht retten! Uruk-Hall! Das wird dich nicht retten! Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben! Spar dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Die Uruk-Spehrträger sind in Gruben entstiegen! Wir greifen uns an! Fühle meine Macht! Lass uns Belagerungsmaschinen bauen! Lass uns Belagerungsmaschinen bauen! Lass uns Belagerungsmaschinen bauen! Wehrträger sind in Gruben entstiegen! Macht eure Waffen bereit! Sie greifen aus den Gruben! Du wirst diesen Ort nicht verlassen. Willst du auch was haben? Wer wollte sie? Schnell! Sie sind da drüben. Lasst keinen am Leben! Ist es nicht so? Deswegen bist du doch gekommen. Erneut steigt Rauch auf über dem Schicksalsberg. Nehmt eure Waffen! Schafft die Balliste hier weg! Wir brauchen Platz! Die Neuen haben Minas Morgul verlassen. Hier werden die Kriegsmaschinerie anstrengen. Schwert und spät und der eisernen Faust der Ops. Sie sind nicht so fest da! Das schont niemanden. Wir haben viel zu tun. Die Balliste hier weg! Wir brauchen Platz! Im Grunde ist das nicht sonderlich viel. Die Machtwieselguards steht dir zur Verfügung. Hast du in der Tat gedacht, dass ein Hobbit sich gegen den Willen Saurons behalten kann? Wir greifen an! Schafft die Balliste hier weg! Wir brauchen Platz! Wir brauchen Platz! Die Urus und ihre Armbrüste sind bereit! Schloss dich in der Quatsche! Deine Vorliebe für das Kraut der Halblinge hat anscheinend deine Sinne vernebelt. Verstecken sie sich! Einige Urus-Sperrträger sind in Gruben entstiegen. Noch mehr Urus kommen aus den Gruben. Wir greifen an! Ball! Schwarzarm! Weg hier! Macht eure Waffen bereit! Verschont niemanden! Lasst keinen am Leben! Wir haben die Urus-Sperrträger! Wir werden nicht umgekehrt! Ist es nicht so? Wir sind nicht zum Fressen! Mein alter Freund! Bist du dir da sicher? Die Zeit waren schneller als du denkst. Urukai! Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben! Macht euch kampfbereit! Ich krieg langsam Hunger! Du weißt, wovon ich spreche. Schießtliche Menschenfleisch! Uruks! Auf eure Post! Macht euch kampfbereit! Vorwärts! Ihr wisst, wo ihr hinmüsst! Aufwachen! Sie fallen über unsere Ruhstwaffe her! Seid ihn! Seid keinen Erbarmen! Sauron hat viel von seiner früheren Stärke wiedererlangt. Einige Uruks-Sperrträger sind im Druben entstiegen! Noch mehr Uruks kommen aus den Druben! Wir werden angegriffen! Macht euch kampfbereit! Auf eure Post! Was man weiß! Die Uruks und ihre Armbrüste sind frei! Verschönt niemanden! Noch mehr Soldaten! Einige Uruks-Sperrträger sind in Druben entstiegen! Macht euch kampfbereit! Nein! Lasst keinen am Leben! Sie grenzen uns an! Überlasst den da an mir! Halt Wasser! Macht eure Waffen bereit! Nein! 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 Willst du auch Wasser? Noch mehr Waffen kommen aus den Druben! Macht euch kampfbereit! Sie greifen an! Mehr Bolzen! Schnell! Komm du! Vernichtet sie alle! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Schickt die neue Lamme! Ich krieg langsam Hunger! Aufwachen! Du wuchs! Wir werden angegriffen! Dann halt Gefahr! Ist deine andere Zerstren! Du wirst diesen ordentlich verlassen! Spare dir deine Gnade und dein Mitleid! Ich habe keine Verwendung dafür! Laft keinen am Leben! Hier sind sie selbst errunden! Schickt die neue Ramme! Sie greifen uns an! Treibt sie zurück! Lasst es bolzenhageln! Schickt die neue Ramme! Das wird dich nicht retten! Wir haben viel zu tun. Sie kommen aus den Gruben! Komm her! Die neue Ramme! Die Gruben ist in weiß! Damit reicht der Mord! Jagd sie! Bis ihr sie gefunden habt! Ich kann ein derartiges Vorhaben nicht gutreißen. Feuer frei! Ich krieg langsam Hunger! Sein Blick durch Burg Wolken. Erde und Feind! Macht eure Waffen bereit! Schlachtet sie ab! Weg ihr! Wir müssen von Seiten! Doch kann er keine körperliche Gestalt annehmen. Aber sein Geist hat nichts von seiner Macht verloren. Ich krieg langsam Hunger! Macht euch Kampfbereit! Schickt die neue Ramme! Willst du auch was haben? Schickt die neue Ramme! Wir können nicht noch mehr Soldaten führen! Noch mehr Urufflöten! Jetzt auflassen! Wir werden angegriffen! Schickt die neue Ramme! Wir greifen an! Bald! Formieren! Macht euch Kampfbereit! Macht eure Waffen bereit! Schickt die neue Ramme! Wir haben viel zu tun! Noch mehr Urufflöten! Du weißt, wovon ich spreche! Vielen! Hört mal! Schickt die neue Ramme! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Der Feind! Ich krieg langsam Hunger! Schickt die neue Ramme! Macht eure Waffen bereit! Ich krieg langsam Hunger! Halt gefälligste Hingwurten! Schickt die neue Ramme! Euer Volk wurde in die Berge gejagt! Und lebt nun noch aus des Fels! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Verschont niemanden! Du wirst diesen Ort nicht verlassen! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Der Feind! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Das ist einer dieser Glocke noch nicht verlassen! Ich weiß nicht, worauf ich bin! Sie streicht sein wird! Das ist einer dieser duckt! Der Feind! Ich weiße, was wir hier wieder? Wie viel wird es? Ich kann nicht erklären! Ich kann nicht mehr aus! Wenn sie nicht mehr ausgaaten! Das war's für heute. Das war's für heute.